What's going on right now? Servus, hallo, grüß euch, hier ist der Olli. Schaut euch mal an, welche Biere es hier alles gibt, direkt an der Tab. Da gibt es von Weißbier, über Modello Heineken Stella braucht er nicht, tolle IPAs und ein Summer Ale und natürlich eine ganz nette Bartenderin. Und da gibt es all die Biers, da haben wir sie stehen, eins, zwei, drei, denn wir waren hier auf Tour zur Happy Hour für ganz gute Preise. Das Ganze findet ihr in der Newport Center Mall und da hinten ist noch die Cheesecake Factory. In die geht ihr nicht zum Essen, sondern da macht ihr euch von hier nach Hoboken zum Arthur's Steakhouse auf den Weg. Aber jetzt kommt die Überraschung. Schaut euch an, Andrea, schaut ihr an, was hier das Bier kostet. Achtung, oh mein Gott, 3,73 für so ein 0,6er Bier. Das ist der Hammer. Und auf der rechten Seite, wir haben die Preise verglichen, nachdem ich die Kreditkarte abgegeben habe und wieder eingesteckt habe. Auch da steht 3,73. Es ist kein Trinkgeld mit eingeschlossen. Wir geben jetzt ein Trinkgeld von auf jeden Fall 20% oder mehr, schreiben den Totalbetrag hin und dann drängt man noch 5. Also dann, liebe Leute, ich sage Servus und Ciao. Wir verabschieden uns mit Biergrüßen hier aus New York City. Und jetzt sagen alle Franken Ciao. 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 Servus. Pfetti. Papa. Papa.